Drei Gründe, warum ihr jetzt kleine Köder fischen solltet. Der erste Grund ist Match the Hedge. Hier in dem Fall seht ihr, das sind die Futterfische, die gefressen werden. Das ist der Köder, den wir angeln. Der zweite Grund, es beißt so ziemlich jeder Räuber darauf. Und der dritte Grund sind die ganzen Überraschungen. Darum solltet ihr mit kleinen Ködern angeln.